Drei Jahre nach dem Überfall auf Makin treten wir nun einen Angriff auf die Insel Pelilio an. Diesmal müssen wir keine Kriegsgefangenen retten. Unsere Mission? Das Flugfeld einnehmen und ihr Versorgungsnetzwerk zerstören. Neben bekannten Gesichtern finden sich auch frische Rekruten. Die älteren Jungs wie Miller, Sergeant Sullivan und ich werden schon als alte Garde bezeichnet. Halt. Keiner von uns hat die Kreissicherheit. Halt. Keiner von uns hat die Kreissicherheit.